Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem neuen Let's Play mit Lea. Wir spielen heute Chef Alfredo von Michael Schacht bei Queen Games in der Queen Kids Reihe. Es ist erschienen für zwei bis vier Spieler. Wir sind heute nur zu zweit, oder? Ab fünf Jahren, das heißt, wir sind eigentlich noch ein bisschen zu klein, schaffen wir trotzdem. Und es dauert so eine Viertelstunde. Ja, wir sind in der Küche und versuchen hier schön richtig zu kochen. Und es gibt hier vier Töpfe, wo die Zutaten reinkommen. Am Anfang ist hier noch alles geordnet. Da haben wir jetzt hier den Knoblauch, Tomaten gibt es, Bohnen und Karotten. Und es wird gewürfelt und man muss die Zutaten dann immer in den richtigen Topf werfen. Allerdings, die Töpfe, die werden vertauscht und dann muss man sich merken und irgendwann weiß man überhaupt nicht mehr, wo was ist. Richtig? Fängst du an? Mhm. Eine Tomate. Du musst jetzt eine Tomate in den Topf mit den Tomaten werfen. Aber wir haben es am Anfang ja richtig hingestellt, weißt du? Noch ist, glaube ich, hier der Tomatentopf, hier der Knoblauchtopf, da der Karottentopf und da der Bodentopf. Probierst du trotzdem mal. Und jetzt werde ich gefragt, ob ich dem Koch, der Köchin glaube, ob sie richtig gekocht hat oder nicht. Ich sag mal, du hast, glaube ich, falsch gekocht. Soll ich mal nachgucken? Schauen wir mal nach. Dann wird der Inhalt aus dem Topf ausgeschüttet und dann sieht man an dem Blättchen ganz unten, was eigentlich in den Topf gehört. Knoblauch. Und was hast du reingeworfen? Tomate. Eine Tomate. Das bedeutet, jetzt kriege ich ein Kochblättchen als Belohnung. Also am Anfang ist hier noch alles richtig. Knoblauch, Karotte, Bohne und Tomate. Ich mache jetzt meine Tomate hier rein. Glaubst du mir? Nein. Aber du hast ja noch die Tomaten. Nein. Aber dann musst du aussetzen, wenn deine Tomate drin ist und deine Tomaten reingehören und du mir nicht glaubst, dann müsstest du aussetzen. Glaubst du mir nicht? Nein. Okay, dann schütt aus. Ja, da ist aber eine Tomate, wie man sieht. Und ich habe eine Tomate reingemacht. Das heißt, jetzt musst du leider aussetzen. Du darfst jetzt nicht, weil du hast falsch verdächtigt. Jetzt bin ich gleich wieder mit kochen dran. Und ich kriege ein Kochblättchen. Eine Bohne. So. Am Anfang ist noch alles richtig. Glaubst du mir, oder? Ja. Dann bist du dran. Achso, dann kriege ich ein Kochblättchen, wenn du mir geglaubt hast. Und du bist dran. Du darfst jetzt zwei Töpfe vertauschen. Bohnen. Die Bohnen hast du, glaube ich. Hast du noch nicht vertauscht, oder? Nein, nein. Ich werfe Wind vom... Ich darf jetzt das nehmen und ich werfe mal hier eine Bohnen rein. Glaubst du mir? Ja. Ja. Würdest du dir noch ein Kochblättchen? Kochblättchen. Ah, ich kriege ein Kochblättchen. Richtig, weil du mir geglaubt hast. Ja. Danke. Knoblauch. Ja, wo ist inzwischen der Knoblauch? Hast du den vertauscht vorher? Ich schaue jetzt nicht weg. Und glaubst du mir? Wo hast du es reingemacht? Hier? Oder da? Ich dachte, da. Hä? Da. Jetzt verwirrst du mich. Aber ich glaube dir mal. Hier hast du ein Kochblättchen. Danke. Da hast du es reingemacht. Ich dachte, da. Nein. Aber hast du die nicht vertauscht? Oh, jetzt vertausche ich einfach auch nochmal. Guck mal, ich vertausche jetzt mal die beiden. Weißt du noch, wo was ist? Oh, du darfst auch nochmal vertauschen. Das ist ja eine Chaosküche hier, oder? Mhm. Okay, ich probiere mal weiter zu kochen. Ein Knoblauch habe ich gewürfelt. Ich glaube, der ist hier hinten. Ich mache mal hier Knoblauch rein. Glaubst du mir es? Ja. Ich kriege natürlich ein Kochblättchen, weil du mir die kochen kannst. Eine Tomate. Ich glaube, die ist hier. Und glaubst du mir? Ja. Ja, Bläderei habe ich. Ja, die Tomate. Hm. Nein, ich glaube dir nicht. Die Börse hat tauscht. Die da, ja. Und die hier auch. Nein, da hast du jetzt gerade was reingemacht. Und ich glaube dir nicht, dass da Tomaten reingehören, weil da die Knoblauch, der Knoblauch kocht auch schön. Weißt du, ich kriege ein, ich kriege ein Plättchen und der kommt zurück. Musst du dir merken, hier ist der Knoblauch jetzt. Okay. Oh, wo sind denn die Tomaten? Ich probiere es mal hier. Glaubst du mir? Nein. Nein? Wieso denn nicht? Oh, guck mal, da gehören eigentlich Karotten rein. Und was ist da bisher drin? Ein Knoblauch und eine Tomate. Nein. Das hat ja mit Karotten gar nichts zu tun. Dann kriegst du natürlich. Danke sehr. Und du darfst natürlich auch gleich. Eine Karotte. Na, die weißt du ja jetzt, oder? Du hast ja gerade geguckt. Da war gerade, wo du gerade geguckt hast, waren doch eigentlich die Karotten. Da hinten. Unbelehrbare Koch. Versuchst du das da rein zu kochen. Glaubst du mir? Ja? Ja. Ich glaub dir leider nicht. Zeig mal, was ist da drin? Oh, das ist der Tomatenkochtopf. Und du hast eine Karotte rein gekocht. Dann krieg ich ein Plätzchen. Ein Kochplätzchen. Und ich bin auch dran. Richtig? Eine Bohne. Ich geh dein Papi. Was willst du? Tein Zopf. Du willst keinen Zopf mehr? Ich hab eine Bohne gewürfelt. Ja? Und die koch ich hier rein. Glaubst du mir? Nein. Ja, wir können mal nachschauen. Eine Bohne und eine Bohne ist drin. Das heißt, ich krieg schon wieder ein Kochplätzchen. Oh, ich darf zwei Töpfe vertauschen. Ich vertausche mal die beiden. Du darfst auch zwei Töpfe vertauschen. Die beiden? Das weiß ich auch nicht mehr. Ein Knoblauch. Ich koch den mal hier hinten rein. Glaubst du mir? Ja. Dann krieg ich ein Kochplätzchen und du bist dran. Oh, du vertraust wieder Töpfe. Du willst auch mal kochen, oder? Jetzt weiß ich aber langsam auch nicht mehr, wo was ist. Weißt du es noch? Nein. Oh, ich vertausche auch noch mal zwei Töpfe. Ich vertausche die beiden. Na? Ich werde ja gar nicht mehr auf mit dem Töpfe vertauschen. Okay, dann bin ich wieder dran. Noch mal zwei Töpfe vertauschen. Die Töpfe? Na, eine Tomate. Ich schau mal weg. Wo kochst du die rein? Da? Ja. Okay. Hm. Glaubst du mir? Ich... Glaub dir mal. Dann kriegst du ein Kochplätzchen. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, wo die Tomaten sind. Bestimmt eine gute Tomatensuppe. Ich muss eine Bohne. Ich tue die mal hier rein kochen. Glaubst du mir? Nein. Nein? Schau mal nach. Und was drin? Uh. Tomaten gehören da rein. Und ich habe eine Bohne reingeworfen. Dann kriegst du natürlich zur Belohnung ein Kochplätzchen. Und bist gleich wieder dran. Also Tomaten gehören da eigentlich rein. Darfst du zwei vertauschen? Hm. Soll ich mal weg? Ich soll weggucken beim vertauschen? Das ist ja schwierig. Ist aber gemein. Dann weiß ich gar nicht welche die vertauscht hast. Die beiden. Die beiden? Okay. Na, schon. Oh, ich darf auch nochmal zwei vertauschen. Dann vertausche ich die anderen beiden. Ja? Hm? Ich habe die beiden hier vertauscht. Okay. Du bist wieder dran. Gleich. Hm. Das riecht schon gut, oder? Mhm. Eine Karotte. Aber was ist denn mal hier rein? Okay. Und glaubst du mir? Nee, das glaub ich dir auch nicht. Ich schau mal. Oh, da ist ja alles mögliche drin. Da gehören eigentlich Bohnen rein. Hä? Ja. Und da ist eine Karotte und eine Tomate drin. Das heißt, ich habe dir richtigerweise nicht geglaubt. Merken wir uns mal. Die Bohnen stehen wieder richtig bei den Bohnen. Bohnen. Eine Tomate. Und die Tomaten waren ja hier. Das wissen wir doch auch. Oder ist das falsch? Glaubst du mir? Ja. Glaubst du mir? Ja? Okay. Dann kriege ich auch Plätze. Ich bin auch verwirrt. Ja. Okay, du bist dran. Knoblauch. Wo machst du den rein? Ja. Schau mal weg. Ich schau mal weg. Und glaubst du mir? Ja, ich glaub dir. Ich hab da ja gerade reingekocht. Ich glaub, du hast recht. Das ist Knoblauch. Hier. ein Kochplättchen für dich. Oh. Eine Karotte. Tja. Wo ist die Karotte? Was ist denn die Karotte bei der Karotte? Ich koch mal hier eine Karotte rein. Glaubst du mir? Nein? Na dann mach mal auf. Ja, du hast recht gehabt. Da gehören Tomaten rein. Ich hab eine Karotte reingeworfen. Dann kriegst du ein Kochplättchen. Und du bist dran. Oh. Den weißt du, gell? Ja. Ich schau weg. Glaubst du mir? Ja, ich glaub dir. Bitte sehr. Ganz schön. Eine Karotte. So, jetzt muss ich mal die Karotten finden. Ich nehm das hier. Und koch hier eine Karotte rein. Ja? Glaubst du mir? Hm? Dann krieg ich ein Kochplättchen und du bist dran. Hm? Dann tust du es mal hier rein. Da tust du es rein? Mhm. Glaubst du mir? Ach, da? Da hast du es reingemacht. Ja. Glaubst du mir? Ne, leider nicht. Ich glaub da ist doch der Knoblauch, oder? Schauen wir mal. Uh, da ist eine ganze Menge drin. Knoblauch ist aber richtig. Knoblauch. Glaubst du mir? Hm. Ja, oder? Ja. Haben wir doch gerade, haben wir ja gerade ausgeschüttet. War ja der Knoblauch. Der muss erstmal wieder vertauscht werden. Bisschen. Huh. Eine Karotte. Eine Karotte. Ich glaube, der macht das mal. Ja. Da. Glaubst du mir? Na gut. Ich glaub dir mal. Bitte sehr. Danke wenig. Ich sag da wenig. Ich sag da wenig. Ich sag da wenig. Ich hab wieder Knoblauch. Ich hab Glück. Glaubst du mir? Hm, ja. Kochblättchen werden langsam knackt. Und sobald dann die ganzen Kochblättchen an die Spiele verteilt wurden, ist das Spiel auch schon zu Ende. Und man kann sich ja fast denken, der Spieler, der die meisten Kochblättchen ergattert hat, der gewinnt dann auch. Richtig? Ja. Eine Tomate. Ja. In welchem Topf muss die Tomate? Glaubst du? In die. Mhm. Dann mach mal eine rein. Schau auch weg. Glaubst du mir? Mhm. Glaub dir. Bitte sehr. Bitte sehr. Eine Bohne. Eine Bohne. Ich mach mal die Bohne. Ich glaub, vorhin hast du die Tomate da reingemacht. Ja. Ich mach mir hier eine Karotte. Ich mach hier eine Bohne rein. Glaubst du mir? Ja. Dann krieg ich ein Kochblättchen. Mhm. Gehst du. So. Oh. Du hast aber weit gewürfelt. Ja. Ich hab eine Tomate. Eine Tomate? Mhm. Okay. Woher möchtest du die Tomate reinmachen? Mhm. Ich glaub ich ja. Ich schau weg. Dann glaubst du mir? Ja. Ich glaub du hast recht, dass da die Tomaten sind. Vielleicht irre ich mich auch. Aber ich... Nee, da sind die Tomaten. Ja. Musst du mir gar nicht verraten. Aber ich hab jetzt auch eine Tomate. Mhm. Und koch die auch da rein. Glaubst du mir? Ja. Mhm. Okay. Jetzt spielst du. Eine Knoblauchzehe. Das glaub ich hier. Okay. Was? Da hinten? Mhm. Okay. Das glaub ich nicht. Ich glaub da ist ganz schön viel reingekocht worden. Da gehören Tomaten rein. Da sind auch ganz viele Tomaten drin. Aber auch der Knoblauch. Ich mach das dann. Ich mach das dann. Dann krieg ich ein Blättchen. Und... Nein. Genau. Das kommt da wieder rein. Man weiß, dass da Tomaten reingehören eigentlich. Die Tomaten sind noch frisch. Die können wir wieder zurück machen. Mhm. Okay. Dann bin ich dran. Ich darf zwei vertauschen. Und vertausche ich die beiden hier. Hast du gesehen? Mhm. Die beiden hab ich vertauscht. Du hast aber auch ganz schön viel Kopfplätzchen gesammelt. Ja. Halt. Wieder Weitgewürfel. Ja. Hast du die? Ein Knoblauch. Ein Knoblauch? Was? Kannst du aber auch. Ja. Dann mach ein Knoblauch rein. Halt. 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 Wo machst du es rein? Da. Oder hast du den inzwischen vertauscht? Vorhin stand er in der ganze Weile da. Aber ich denke, ich glaube, das ist ein Knoblauch. Glaub dir. Kriegst du ein Blättchen. Danke. Ich habe eine Bohne. Die koche ich jetzt hier oben rein. Ja? Glaubst du mir? Nein. Der war hier. Nein. Glaubst du mir nicht? Nein. Und? Alles Mögliche. Alles Mögliche. Alles Mögliche. Aber was gehört rein? Bohnen. Die Bohnen. Die Bohnen. Also hab ich recht gehabt. Ja. Dann bin ich nochmal dran. Ein. Jetzt hoffe ich mal, du hast es auch richtig gemacht. Ja? Ich werfe die mal hier rein. Glaubst du mir? Ja. Da müssen wir wieder dran. Jetzt sind nur noch drei Kochblättchen. Und nochmal eine Bohne. Hm. Dann tasche ich mal. Und tut mir weg. Okay. Aber wo willst du es dann rein machen? Hier. Da. Okay. Und glaubst du mir? Ja. Ich glaub dir. Jetzt wirkst du nicht mehr zu vertrauen. Vielleicht hätte ich dir nicht glauben sollen. Knoblauch. Ich mach nochmal hier Knoblauch rein. Glaubst du mir? Nein. Nein? Dann schauen wir mal was da. Da ist ganz schön viel drin. Halt aber Achtung. Nicht das runter färgt. Uh. Guck mal. Das ist so. Da ist ja Knoblauch rein. Und ist nur Knoblauch drin. Dann kriege ich leider ein Kochblättchen. Ja. Und bin nochmal dran. Du hast mein Knoblauch angezweifelt. War aber Knoblauch drin. Jetzt darf ich nochmal versuchen eine Tomate zu verkochen. Ja. Ich probiere es einfach mal hier. Glaubst du mir? Nein. Ich kann es nochmal nachgucken. Das hatte ich aber auch Glück. Ich wusste gar nicht mehr wo die Tomate ist. Sie war tatsächlich da wo die Tomaten sind. Das heißt ich kriege nochmal ein Kochblättchen. Du hast aber auch ganz viele Kochblättchen gesammelt. Schau mal. Wie groß der. Stapel. Nochmal. Nochmal. Ja aber jetzt sagen wir können wir gleich nochmal spielen. Da ist dann. Ich habe ein kleines bisschen mehr gesammelt als du. Aber das macht ja gar nichts. Was hat dir gut gefallen dann Chef Osredo? Gut. Gut. Hat dir gut gefallen? Vor allem die Töpfe oder was? Ja. Was hat dir nicht gut gefallen? Gibt es irgendwas was dir nicht gefallen hat? Ähm. Die hier. Die Plättchen? Die findest du nicht so schön? Nein. Die sind nicht so schön sagt die Lea wie der Rest. Der Spielplan, das Essen, die Töpfe sind super. Und das hier sind halt einfach nur so Plättchen. Wie hätten die aussehen sollen? Hätten das Kochlöffel sein sollen? Kleine Kochlöffel? Okay. Die Plättchen? Hier. Das steht in Stapel. Das steht in Stapel. Und dann wäre Lea restlos glücklich. Aber auch so hat es dir gefallen oder? Hier. Wir spielen nochmal? Okay. Dann sagen wir jetzt aber Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Kommentieren und natürlich Abonnieren von unserem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Hallo. Hallo. Wir spielen nochmal. Wir spielen nochmal. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal die Kamera aus und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.